Das ist 1.7, ja, da haben wir auch noch. Was haben wir hier? Und 18 mal Neues. Hier und 28, da haben wir auch noch einen. Geil, am Anfang rennst du mit Holzbrettl rum und Gasrohre und langsam hast du abgefahren, die Feuer spuckende. Wir haben es, ja, zum nächsten. Auf geht's, Buben. Zurück. Zurück. Zurück mit euch. Ich habe keinen Kopf mehr. Ich habe alles wegschmissen, was ich hätte haben. Und der andere steht so unbeteiligt da hinten. Also, wenn ich weglaufen, sehen sie mich nicht. Ich glaube, das ist ein Köder. Oh. Oh. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich bin hier, oder? Nimm mir da hin. Ja, aber ich will hier nicht rein. Ich will hier nicht rein. Oh, 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 oh! Oh, schnell! Äh, wo ist die? Wo bist du? Äh, Opa. Ich hätte flüchten müssen. Opa. Jo. Okay. 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 Doch, kam über der Indie, oder? Klar. Echt? Oh fuck, scheiße. Ja. Ja. Oder nicht. Oh. Oh, hinter uns, hinter uns. Ich liege selber schneller. Danke. Ich darf ja. Wow. Noch mehr. Ja. Komm sie rein, dann können sie rein. Komm sie rein. Dann können sie rausschauen. Jetzt sind wir nebenan. Einige Metzl. Uah. Bleib liegen. Liegen bleiben. Na. Note. Da drin gibt es noch ein Note. Was er immer durchbringt. Ja, schön. Okay, ich kümmere mich hier. Di surgical Sesting. Oder bending an, oder? Ah,itta. Oh, wir gehen los. Just wanted to remind you, do not betray heroes in the dark, huh? Get back here or find a safe house. You've got about one hour. 1 Stunde. Übernacht haben wir irgendwo. Ö, was können wir hier weitermachen? Raus' Ordnung, was ist los? Okay, öffnen Sie primär auf. Ja, das machen wir dann, oder? Das ist alles. Geh aus. Kann man schon mal irgendwo übernachten, oder? Nein, wir machen durch. Ja doch, wir schaffen es schon bis zu dem Typ, aber die letzte Mission bei dem Typ darf man halt nicht mehr, weil es ruhig ist. Doch, wir machen durch. Aber Nacht ist crazy, Alter. Ja, Nacht ist gut. Ich mag nicht sterbe. Ich mag nicht sterbe, Mama. Wir haben was in der Hand gehabt. Bullshit. Alles Bullshit. Auf geht's, Buam. Die arme Wahl, wir hatten der längste Aal im Saal. Ja. So, jetzt sind wir am Hauptdienst, Bungs. Oh, der braucht gerade jemand schnell Hilfe. Komm, der kann man schnell auch nicht. Oh. Okay, ich kümmere mich um die Zombies. Um die Lumberjacks hier, he? Geil, hast du das Zeug gefunden, he? Weil die nicht schütteln. Was hast du mit dir? Geile Waffen. Ah. Während du die Zombies bekämpft hast, hab ich denen ihre Waffen aufgefogen. Das ist super. Aber das schmeiß ich jetzt alles wieder weg. Weil sie nahe verkaufs. Modified Billhop Blade. Brauchst du einen Plane Hammer? Nope. Gerade 48. Nein. Ja. So. Oh. Da hinten ist wer. Oh, oh, oh. Spooky. Eines fehlt noch? Spooky da. Okay, das ist jetzt gleich Nacht. Ja. Wo ist denn die Zufall? Haben wir von mir gefunden? Okay. Wir sind ja noch am Boden. Okay, jetzt werden wir schnell das Ventil um und dann ist gut. Jetzt kommen gleich die Böse. Ja. Hallett, Junge. Das ist da unten im Keller, gell? Und da ist ein Große. Ja, ich sehe es. Ähm. Ah. Mach mal kurz. Versuch mal. Komm mal hier rein. Aber irgendwie durch das Ohr. Ja, ich sehe es ja. Ja nicht. Nope. Ah. Vielleicht hier. Ah, hier. Hier. Ich hab's. Oh, oh. Das wird übel. Ich sehe es. Oh, wird das übel. Vor allem wäre jetzt Nachtisch. Okay, ich sehe ihn. Ach du, große Kacke. Ach du, große Kacke. Wir könnten auch einfach abknallen, ehrlich gesagt. Blendet das Licht, mein Freund? Das war's Primary. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Kacke. Für. Oh 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 oh. Naja, wir gehen schnell raus hier. Woaho. Reiß hier! Gut, bringen sie sich vor der Explosion in Sicherheit? Huh? Oh, wir müssen hier die Ventile schließen. Ok, schnell. Oh, es sind schon böse da. Der hat mich schon gesehen. Die Nacht bricht ab. Machst du was? Schließt die Ventile? Ja, die sind unten. Oh, fuck. Alles voll mit Feuer, leider. Überall sind Volatile. Und jetzt kommen wir da nur die eigene dazu, fuck. Ich hab eins. Schließt es. Schließt es klar. Oh, fuck. Ok. Oh ja, Volatile hier. Oh, fuck. Ich komm ja nicht mehr raus, Alter. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Tot. Ne, ne. Ich muss raus tauchen. Ey, es sind drei. Oh, vier. Ok, vier. Ok, komm weg jetzt. Keine Chance. Oh, sie haben mich, sie haben mich, sie haben mich. Tot. Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, gell. Nö. Komm. 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 Oh, die Fakten sind geil. Ja, das ist schon UV-Fakten. Wo sind die Ventile, wo wir schließen müssen? Noch eines. Also ich glaube, hier unten hat es noch eines. Hast du das geschlossen? Nein. Ah, ich hab eins. Ich hab eins. Bin an deinen Brand. Aber jetzt kämpfen. Wäre ich gleich angefightet. Seite. Hast du es? Der mag mich nicht. Ja, ich hab's. Aber es sind doch nicht alle. Und wir sind in Pursuit. Jetzt geht es weiter, wir müssen weg. Ok, renn weg. Es ist jetzt kein Wert. Komm mit. Nicht kämpfen. Fuah, fuck, 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 fuck. Drei. Drei%. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, ich bin hinter dir. Ok, ich muss mich heilen. Heile, 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 heile. Ok, go go go. Ich hab die UV-Fakten gemacht. Jetzt rennen, 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 rennen. Wohin? Wohin 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 wohin? Zu mir zu mir zu mir zu mir zu mir Uah du bist ein alterer Riffi Komm aaaah Easy 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 Bist in Sicherheit? Ja Jupp 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 Ich hab nur zwei, nein einen hab ich noch hinter mir Okay Oh fuck und ich bin in einer Sackgasse Waiti Was? Alter ich bin in einer verdammten Sackgasse Wir müssen noch einen Tür schließen Der Typ steht da dran und ich bin in einer verdammten Sackgasse Warte noch ein Ventil müssen wir Let's do this Warte? Ja G'shaft, pursuit evaded Ja komm Ein Ventil haben wir noch Ja ich bin in einer Sackgasse Der Typ steht vorne dran Soll ich es dir aufschreiben Ah ja Ich komme Jetzt geht er langsam weg Nein der steht da drin Ja ich sehe es Ich sehe es Let it be let it be Alles drauf Alles drauf Alles drauf Alles drauf Alles drauf Musst du heilen? Er ist tot, er ist tot Aber der nächste kommt schon Oh Heilen, 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 heilen Oh komm, er kommt, er kommt Heilen, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg Nein Ran Jetzt der nächste kommt dahinter Ja bitte muss da helfen Hilfe, helfe, helfe, helfe 2T Also wir schaffen nicht 2 mal Doch Ja, komm! Oh, zweiter Punkt! Zweiter Punkt! Zweiter Punkt! Okay, weg 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 weg! Komisch, ich hör mich sagen! Weiß ich? Fuck, wo bist du hin? Drauf! Ich kämpf gegen die du Horst! Wo bist du? Mal reparieren! Und dann gehts los! Jetzt sind es für drei! Nein, zwei! Immer noch zwei! Immer noch zwei! Immer noch zwei! Okay! Du willst angriffen! Oh! Oh shit! Oh shit! Ich hab gerade Maske gewechselt! Ich bin tot! Ich bin tot! Alter! Ich brauch Hilfe, Alter! Danke! Und schnell weg! Okay, go! Go, go, go! Ich bin heilen! Safe House! Aber wir werden nicht verfolgt! Doch! Hörst du! Ich nicht! Okay, wo geh ab dahin? Scheiße! Äh, Safe House! Wo ist Safe House next? Ja, wir gehen zum Safe House! Okay, jetzt werde ich verfolgt! Schnell weg! Renn, Alter! Renn! Renn zum Safe House! Komm mir hinterher! Oh, da kommt gerade der nächste! Fuck! Du noch hinter mir! Ja! Nicht kämpfen! Ja, 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 ja! Ich muss nicht einsen! Ja! Ja! Ja!